Bisschen ist noch übrig von der Marmel und ich hab sie so doll geliebt. Vor rund zwei Wochen kommen Tanja Tschevchenkos eineiige Zwillinge zur Welt. Deutlich früher als geplant erblicken die beiden Jungen Leo und Louis per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Der XXL-Babybauch der Schauspielerin verschwindet aber nicht von jetzt auf gleich. Via Instagram teilt die stolze Dreifachmama nun erste Aufnahmen ihres After-Baby-Bodies. Aus meiner Megakugel ist eine Minikugel geworden. Zeit, die ich genieße, denn ich möchte mich nach und nach von meinem Babybauch verabschieden können. Zu sehr habe ich diesen geliebt und ihn auch stolz präsentiert. Durch den plötzlichen Sprung ihrer Fruchtblase wird Tanja regelrecht mit der Geburt überrumpelt. Die Zeit will sich die TV-Bekanntheit nun nach der Entbindung nehmen. Nach wehen inklusive habe ich mir jeden Tag ein paar Minuten Zeit genommen, um den Bauch beim Schrumpfen zu beobachten. Die Gebärmutter braucht Zeit. Ein Organ, was nicht viel größer als eine kleine Birne ist, dehnt er sich aus, um zwei Kinder nebst Fruchtwasser und Plazenta zu tragen. Keine leichte Aufgabe, immerhin muss Tanjas Gebärmutter am Ende stolze sechs Kilo Gewicht stemmen. Obwohl Tanja bei der Geburt erst in der 34. Schwangerschaftswoche ist, sind sie und ihre beiden Sprösslinge inzwischen wohl auf. Auch Tanjas Fans sind begeistert, wie schnell die Düsseldorferin wieder auf den Beinen ist. Viele von euch haben gesagt, wie machst du das, du siehst schon wieder so gut aus und so weiter. Also ganz ehrlich, ich habe mich ja auch erst eine Woche nach der Geburt wieder bei euch gemeldet und gezeigt. Und da kommt das ganze Glück durch und ein bisschen Make-up und auch mal ein leichter Filter natürlich, um das Ganze ein bisschen strahlender werden zu lassen. Glaubt mal ja nicht, statt das irgendwie in den Tagen nach der Geburt so aussah, da war ich ein Häuflein-Elend. Weil das Aufstehen am ersten Tag noch unmöglich erscheint, bekommt Tanja sogar einen Katheter verpasst. Aber Bettruhe steht für die TV-Bekanntheit nicht lange auf dem Plan. Bereits wenige Tage später muss sich Tanja wieder aufraffen. Mit der tatkräftigen Unterstützung ihres Mannes. Ja, Norm hat mich das ein oder andere Mal zur Toilette begleitet, also mich gestützt und so beim ersten Mal natürlich die Schwestern. Die helfen dann auch beim Waschen und so und trotz Schmerzmittel hat es hier und da gebrannt und gezwickt. Und man muss sich ganz langsam, also ich jedenfalls, langsam hinsetzen, die Beine wieder ins Bett. Trotz positiver Entwicklung lässt der erste Rückschlag nicht lange auf sich warten. Drei Tage nach der Geburt wird Tanja komplett von ihren Gefühlen übermannt. Freitag war ich dann emotional und schmerztechnisch, uns hat hier und da geziebt, echt am Ende und hatte den fetten Baby-Blues. Da fallen ja dann auch noch die Hormone, also die Hormone verändern sich auch noch und dann ging es mir an diesem Freitag richtig nicht gut. Neben immer wiederkehrender Übelkeit überkommen Tanja auch plötzliche Heulanfälle. Jede Kleinigkeit stimmt die Blondine emotional. Dabei könnte sie über ihren Nachwuchs doch kaum glücklicher sein. Eine Woche später sieht Tanjas Welt aber schon wieder ganz anders aus. Nach diesem Tief ging es dann wirklich stetig bergauf und nach einer Woche kann man sagen, ist man mit der Geschichte durch. Auf ihre Narbe muss Tanja zwar immer noch aufpassen, die Schmerzen sind hingegen deutlich besser. Und auch das Aufstehen geht inzwischen wieder ohne fremde Hilfe. Damit steht Tanja und ihren Liebsten einer bezaubernden Kennenlernphase also nichts mehr im Wege.